ein herzliches willkommen zurück wieder mal seit längerem wo soll ich beginnen es befindet uns hier in call of the wild hier im schönen australien es geht im angst modus wir haben hier mit 30 06 werden uns heute eben auf der reise in australien da in mangrovenwäldern da die küste aufarbeiten einmal ja ich bin wieder zurück zweiter gut ist mein guter auftrag hier mit zimmer es wird jetzt wieder häufiger was kommen sowohl mäßig als auch biomäßig wieder natürlich dann nach und nach projekte anrattern momentan muss ich ehrlich sagen wird sich auf call of the wild vereinzelt vielleicht nicht mehr da was raus ich hatte ja auch gleich gezielt die arbeit politiker das schon ganz an dir als wasser wäre schon was ganz fein ist hier in dem agrovenwälder australien neu draußen schon einige gespielt ich finde die karte ist sehr gut ich finde die hirscharten sehr gut natürlich werde ich hier nicht auf den kreaturen haben hier spielen ich habe auch auch immer keine kreaturen weil euch die lodgers auch in einem extra video mal präsentieren ich bislang habe ja dann mal was wir jetzt hier zu gesicht bekommen werden alles schön und jetzt ziemlich aggressiv die dinge also noch aggressiver wir werden auf jeden fall hier jetzt mal mehr zeit in australien verbringen weil er mit der zeit natürlich auch die karten durch wechseln oder ich rotiere das von folge zu folge vielleicht dass wir uns ein ziel machen war schon ewig zum beispiel nicht mehr und ist ja mein lieblingsgebiet nach wie vor vielleicht machen wir uns was dann zum beispiel zum zweiten video oder das war nichts und sieben aggressiv hat das ist wie eine armbomb ausstopfen werde ich nur sollte ich gute gold dinger bei den hirschen schießen und bei den neuen sachen an alle gator hauschen gold beziehungsweise selten fällen fahren ja und hier gut das war natürlich hier noch der aktiven unter 306 eignet sich eben vorrangig sehen und 4 bis acht und zwei bis sechs habe ich dann seit 43 mit nix tolles kann vielleicht auch mit dem waffen man immer variieren ja ich habe die komödie die man sich eh von selber das haben wir schon gegenseitig gespottet gehabt jetzt bei dem wir werden uns jetzt halt darauf arbeiten und eventuell zweite folge dann dieses stück aufarbeiten vielleicht aber vorbeischauen so ist jetzt mal der plan also der plan ist jetzt mal folgendes eben kostet bald wird es einmal häufig gekommen ist wahrscheinlich auch call of the world kommen und die streams und die bestehen sich jetzt vorerst vielleicht nicht eine richtung die technische einrichtung noch im basteln und Untertitelung. BR 2018 ein leichtes müssten wir das lassen und wir das ist unglaublich und zwar und solche jetzt mal keins also dürfte ganz gut oder mein Hundwatschel Silberding falls es mein Hintergrund krummeln hat bei mir, weil mir ist ein Glittergrad das ist ein das ist ein das ist ein das ist ein sehr schön also wir werden uns schon zurecht finden wir jetzt mal hier in australien bei der alligatoren das mal ablatschen wir uns auch für den mal was seltenes gegen watschen das ist immer ganz schön das knut an sich damit nichts dann klingt es noch ein zweites nach romantische musik ertönen alle gator also sei ich kann das ist echt um gewinnen schöne dinge auf jeden fall halt aber anruf kann das ist aber schon längst obo stieß wie man so schön bei uns sagt ja fast das jagdrucks und das ist ja viel auf jeden fall ich könnte mir schon was ich anlocken lässt und wir hätten noch fischen könnte ja ein Quickrunschen könnte Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Here's the option. 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 Ich muss das in vier Minuten ein bisschen waschen. ich hätte mich schon gerne geschaft hätten gar nicht getroffen wir sind dann nicht aggressiv verziehen sich daran lassen wir es besser schauen wir weiter kommen das letzte stück gehe ich vielleicht dann folgen möchte jetzt 25 minuten machen im 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 und 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 wichtig ist das zeichen von der hund anfängt ist es noch näher es wird ja auch etwas hängen etwas hängen etwas hängen etwas hängen gut an meinem ersten ziel mehr angelangt und zwar dass sie die küste ein stückchen gehen jetzt noch einen letzten abschluss dann werde ich stand ganz es müsste schon zum schluss der erste nicht passend hat sich beim ersten jetzt beide nicht passen natürlich nicht so der jetzt und zudem haben wir noch hin wasch richtungsküste werde ich mich gegeben und dann schon dann nochmal folge nein ich werde auch mit den umringen hier und neu beginnen wieder mit kommt der erste war 2 gut ja da ist es weil ich mal anstumpfen haben wir uns ausgeschafft wie gesagt ich habe auch so eine lobby wo ich so viel halle auf den haus wo ich auch so gold sachen und so hat dass ich mal hier habe das zweite war bedanke ich mich mal für meine erste folge wieder seit langem freut mich dass ich wieder da bin ich hoffe euch freut es genauso und ich hoffe er doch in der zweiten folge dabei sein bis dann das ist gut